so jetzt haben wir thomas vom black ship hier dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses wunderbare fahrzeug ja es hat uns schon sehr inspirierten wir haben ja im februar den ersten kontakt gehabt mit dem fahrzeug und waren zuerst ein bisschen skeptisch und dann hat es uns aber so richtig den ärmel reingezogen weil das ding hat fettes potenzial ja und wo es potenzial hat da sind wir am richtigen ort weil das inspiriert uns für ja die version bauten